Smiley, Swim, Chista, Sadistic, Surprise, Sadi! I'll take a potato chip and eat! Okay. Konnichi! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute wieder mal ganz was Besonderes für euch, denn ich habe eine Sasso. Hallo! Und ich habe einmal Anime Loot. Wooh! Loot Anime, ich sag's immer verkehrt. Wir werden es jetzt auspacken. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich weiß noch, letztes Mal hast du ein bisschen so, Oh mein Gott, das Bild sieht fertig aus. Was ist denn da los? Öffnen Sie das Scheißteil! Ja. Okay, was denkst du, was das Thema ist? Ach so. Ja, mach mal auf. Mach mal auf. Was denkst du, was das Thema ist? Mond. Space, Space. Space, Space, Flotte. Space, Space, Space. Nehmen wir erstmal hier was Weiches. Was ist das? Das könnte dein T-Shirt sein. Okay, ich bin gespannt. Was könnte das sein? Oh, das sieht hübsch aus. Psycho-Pass ist Psycho-Pass. Das ist geil. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Auch von der Qualität eigentlich richtig geil. Ich hab ein Psycho-Pass-Spiel auf der Blazey. Das war mal kostenlos im Plus. Und ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab den Anime noch nicht gesehen. Aber finde ich richtig geil. Kann man lassen. Kann man auch mal so anziehen. Okay, Augen zu. Muss ich jetzt immer alles erfüllen, was das ist? Es ist ein Schal. Ne. Ne, es ist stoffmäßig. Eine Mütze. Ja. Robotech. Okay, das ist so ein Mecha-Ding. Ist das hier eher so ein Ami-Ding? Robotech? Hast du das schon mal gehört? Ne. Hast du das schon mal gesehen? Robotech? Kenn ich nicht. Ich muss aber deine Caps drüber ziehen. Jetzt bist du so wie die X-Dax. X-Dax ist geil. Kennst du das? Ja. X-Dax war so geliebt. Die hat doch auch so Caps mit Mützen. Ja. Das lustige, da ist ja auch ein X drauf. Jetzt müsste es nur noch lila sein. Ich sehe aus wie Moneymon oder wie er heißt. Von Digimon World. Ja. Bitte? Augen zu. Ja. Das ist ein Manga auf jeden Fall. Ein richtiger Manga ist das. Der heißt Space Flotten Reunion Gundam Knights. Nein. Oh geil. Echt geil. Alita, wie passend. Andrew, falls du das schaust, das können wir mal lesen. Weil wir haben den Anime beide noch nicht gesehen. Und jetzt kommt ja bald die Realverfilmung davon raus. Also Ende diesen Jahres. Das hier als kompletter Anime. Ich bin gespannt. Als kompletter Anime. Als kompletter Live-Action-Film. Es gibt aber schon eine Anime. Ja geil. Okay. Nächstes. Nächstes macht immer so Spaß. Sachen zu bekommen, macht aber Spaß. Das ist ein kleiner Pin von Blut. Anime, da ist ein Mond drauf. Oder? Nö. Sag ich doch. Das ist verkehrt rum. Zweitens ist Infinity Tränk-Guss-Ram. Noch nie gesehen. Okay. Hä? Alter, ist das groß. Das ist der ganze Karton. Das ist der Anime-Loot-Karton. Richtig. Ist da noch was drin? Nö. Ja, da ist noch was drin. Danke für diese Überraschung. Warte. Bevor du das hinter deinen Finger hier raus hörst. Es ist ein Astro-Boy. Oh, den kenn ich auch noch. Das hast du gerade wirklich mit Lizenzen gemacht. Das ist richtig cool. So, und jetzt. Warte, ist das noch eine Figur drin? Ja. Ja, geil. Es ist ein Astro-Boy. Ja, geil. Sag mal hier. Pack mal aus. Pack mal aus. Okay, lass auspacken. Ähm. Wo ist denn deine Schere? Scheree. 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 Muss ja nicht immer. Ist Schere männlich oder weiblich der Gegenstand? Kannst du auch Ed Sheeran nennen. Oh. Oh, krass. Oh, krass. Wow. Ich hab mir grad noch gedacht, das wär cool, wenn es genau so... Oh mein Gott. Ey, das ist ja Hammer. Ich hätte sogar lieber die volle Figur gehabt, aber das ist ja richtig geil. Das ist ja... Oh mein Gott. Und der hat ein On-Off-Leuchten wahrscheinlich. Warum leuchtet? Ich muss mal einen Schrauben... Ich hab keinen Schraubenzieher da. Probier's mal mit Sheeran. Schau euch das an. Der ist so... Der ist einfach mal direkt durchsichtig und auch noch beleuchtet, so wie es ausschaut. Wahrscheinlich von unten, ne? Ja. Alles klar. Kann ich sagen... Sehen wir in der Endcard, wie das Ding leuchtet, wenn wir Glück haben. Ja. Sonst würde ich mich bei dir vielmals bedanken, dass du mir das gegeben hast. Dass du deine wunderschöne Endpacke diene. Ja. Und ähm... Gehen wir eine Schraubenzieher weg. Ich hab Angst. Aber die passt fast so ein bisschen zu deinen Haaren grad so. Passt voll gut. Schaut bei Sasso auf dem Kanal. Da gibt's auch lustiges Zeug. Auch von Anime-Conventions. Ja. Unter anderem. Vlogs, etc. Und Kranken-Stuff. Ja. Ne, das ist einfach mal kreativ krank. Ne, das ist einfach mal kreativ krank. Kreativ krank. Ich verabschiede mich und sage Sayonara! Sayonara! Ciao! Huch! Die hab ich auch einmal komplett neu aufgezogen sogar. Warst du den Astro-Ball noch in der Nähe? Ja. Astro-Ball. Wir haben gebettet, ja? Wir haben gebettet? Nein. Ich mach's mal auf. Drei, zwei, eins. Hahahaha! Habe ich rot gesagt? Ja. Wie krass. Was? Weißt du wie geil das wär? Das hätte ich gern als Mega Man. Weil der wär richtig geil. Oh, ich mach mal das Licht auch. Mit blau. Sieht man das vielleicht noch mit mehr Wirkung? Noch mehr. Wir brauchen noch weniger Licht. Noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Noch mehr. Weniger Licht. Noch mehr. Warte. Noch mehr. Weniger Licht. Wieder. Ach so. Die Softbox wieder noch scheint. Hier geht's deinen Lampen, man. Wow. Wow. Das sagst du, komm her. Oh, das ist wie so ein Gruselfilm. Das ist ja richtig cool. Wow. Astro-Boy lives. Uhahaha. Mensch, ist meine Kamera gut. Ja, das sieht eigentlich ganz so scheiße aus. Ja, also vergesst nicht bei SASE vorbeizuschauen. Ja. Man sieht, da gibt's guten Content so wie hier. Danke. Super guten Content. Ciao. Tschüss. Mann, ist das gruselig. Geil. Okay, jetzt kommen die ganzen Lichter wieder an.